anders gefällt mir der ist der tod der auch das passt ja war die einfach ab bis jemand sterben und dann wieder belebe ich sie dort ist schon tot irgendwie lustig immer wiederbeleben töten lassen wiederbeleben ja das kann sein dass sie keinen sektenspray dabei hatten aber es trotzdem schlecht angeboren von denen immer ohne insektenspray umzulaufen ist dumme sache eine ganz dumme sache da ist ein netter kleiner speer ein toter speer das hat weh du arsch der speer müsste auch schon wieder da sein da steht er schon halt dass ich eine der entzieht mir leben dann raptor ich suche aber ein speer wo habe ich hier noch ein speer am arsch da gibt es platinerz platinerz brauche ich nicht schon wieder raptor wieder ein raptor atom schwer wird ich sollte mir gleich mal später für die erstmal ein bisschen mehr sammelplätze kaufen ich habe bisher keine sammelplätze gekauft sollte man demnächst machen aber als erstes dachte ich mir erst mal eine neue spitzachse zu kaufen wir auch eine idee die unendlich hält und account gebunden ist mal gucken weil ich hier fertig bin kann ich mich direkt hier oben hin porten und bräuchten auch diesen letzten rest hier erkunden ja noch diesen letzten resten bin ich durch das ganze ding fertig kann ich party sagen heute punkten schwärmer so ein fertig das ist der nervigsten dinge und sind schon wieder tot zum freien natürlich sind sie alle tot traum späer da unten haben wir ihn ja wieder hat gar keinen gott gegen moskito zu kämpfen also ganz ehrlich jedes mal wenn ich diese attacke mache denke ich man der hat schon wieder die pest aber endlich halt die 80er marke überschritten endlich nach 20 milliarden jahren meine ersten war mal dass wir nachdenken meine ersten 60 follower habe ich innerhalb von zwei tagen gehabt war purer zufall Christ Christ Kann ich dir erklären, ich bin bei einem Streamer reingegangen. Der ist eigentlich ziemlich bekannt, Royal Funk und habe ein bisschen mit ihm so geredet, da waren 1000 Zuschauer oder 2000, weiß ich nicht, ach ne 2000, stimmt ja, waren 2000 und da habe ich dann gesagt, ich streame auch und habe erst angefangen und so weiter und so fort und der hat dann sofort meinen Kanal da gepostet, hat mich gefragt, ob er meinen Kanal posten darf, habe ich gesagt, okay, kann er gerne machen. Hatte meinen Kanal gepostet und dann hat sich sofort 67 Follower dazu gekriegt. Ah, lustig, der Heil ist tot. Fand ich echt freundlich von ihm, fand ich echt freundlich und der ist richtig cool drauf, also ganz ehrlich, der ist richtig lustig drauf, hier nicht so ein 0815 Streamer. Ich gehöre ja auch schon zu den 0815 Streamern, würde ich sagen, würde ich sagen. Andere sehen es anders, aber kommt immer drauf an. Ich spiele ja zum Beispiel auch nur, okay, ich habe etwa 100 Xbox 360 Games, über 100, keine Ahnung wie viel genau, aber 10, glaube ich, Xbox One Games. Und sonst spiele ich sehr viel, habe ich sehr viel Free-to-Play auf PC gespielt früher. Mach ich aber selten immer noch, ein bisschen Runes of Magic oder ein bisschen Nostale oder Nostale muss ich mir sogar einen neuen Account machen, was ich nur in Verschämtheit fand, weil die zu blöd waren, beziehungsweise weil die Moderatoren Arschlöcher da waren. Und deswegen mag ich den Nostale nicht mehr so gerne, hätte ich sie am liebsten dafür erwürgt, aber naja, erwürgen darf man schlecht. Warum er Mod ist? Warum er Mod ist? Ich hatte Lust dazu. Ich hatte Lust dazu. Das ist nur eine gute Wahl. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt endlich für die Xbox One DirectX 12. Da freue ich mich schon. Mal gucken, wie das so sein wird. Bei DirectX 12. Ich hoffe mal, dass das sehr stark die Xbox One verbessert. Die PS4 kann das ja leider nicht kriegen, weil die ja nicht mit Windows System läuft. Die Xbox One läuft ja mit drei Betriebssystemen. Ich glaube, die PS4 läuft mit zwei. Oder auch drei, weiß ich schon gar nicht mehr. So, noch drei Herzen, dann bin ich fertig. Dann müssten hier noch zwei Herzen sein und hier noch ein Herz sein. Denke ich mal. Also, ich bin total besoffen, weiß es nicht besser. Ich habe mir meine Xbox One zum Beispiel zum Release gekauft. Also habe ich mir eine Day One Edition gleich geholt. Richtig geiles Teil. Irgendwoher kenne ich das hier noch. Sag nicht, dass das mit dem Herz. War das nicht mit dem Herz? Ist das zu hoch oder zu tief? Kann man mal probieren. Ah, ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Verdammt. Das greift die mich auch noch an. Ich will deine Energie saugen. Alter, wie schwach ist denn das Vieh? Ey, früher hat die Veteranen mehr Probleme mit leichten Rüstungen. Also, entweder wurden die Veteranen sehr stark geschwächt. Oder ich habe damals einfach nur schlecht gespielt. Du hast mein Vieh getötet, du Mistvieh. Dafür tötet ich dich. So, tot. Misskräuter. Der Heilek gehört ja eben gerade zu den Guten. Ich dachte, der gehört zu den Bösen. Wir können ja alle einigst zu den Guten. Warum lasst der noch einmal? Ey, kennt der mich? Drei Herzen fehlen. Wie können nicht alle drei hier sein? Oh, nein. Sag nicht, dass das ist, was ich denke, was es ist. Wenn es das ist, dann scheiße. Laufschlampe. Laufschlampe. Lauf. Verdammt, ich habe es nicht geschafft.